Blauer Himmel und eine leichte Brise, besseres Wetter konnten sich die Teilnehmer des diesjährigen Drachenboot-Rennens nicht wünschen. Wie im Vorjahr fand die Veranstaltung wieder großes Interesse bei den teilnehmenden Teams. Also wir sind zum vierten Mal in Haltern mit den Drachenbooten und wir haben insgesamt 25 Mannschaften am Start. Heute 13, morgen 12. Jetzt haben wir schönes Wetter, das wird bestimmt Motivation für nächstes Jahr sein. Während die aktiven Teams in die Boote stiegen, machten es sich die anderen Teilnehmer in den eigens aufgebauten Teamzelten bequem. Dann der Start. In jeder Runde konkurrierten drei Mannschaften über eine 200 Meter lange Strecke. Also das Drachenboot ist 12,60 Meter lang. Wir paddeln mit 18 Personen, davon sechs Damen. Vorne auf der Trommel sitzt auch ein Teammitglied und der Steuermann, der hinten drauf steht und das Boot auf Kurs hält, der ist von uns. Also wir fahren über die 200 Meter Wettkampfdistanz. Die heutige Bestzeit war etwas über 48 und das ist ziemlich genau so wie im letzten Jahr. Wieder mit dabei das Team der Stadtwerke Haltern. Die Erwartungen vor dem Rennen waren auch diesmal groß. Also wir haben das jetzt das vierte Mal gemacht. Dies Jahr war es etwas schwierig, Leute zusammenzufinden, aber letztendlich hat es ja doch funktioniert. Also die Versorgung übernimmt jeder und für jeden und jeder bringt also was mit an Getränke, an Obst, an Brötchen, Brot und das wird dann kollegial untereinander genutzt. Die Boote starten. Neben dem Team der Stadtwerke auch dabei die Teams von Sport Balance und Lighthouse Navigator. Alle geben ihr Bestes. Das Team von Sport Balance gewinnt in diesem Durchgang. Ebenfalls mit dabei das Team vom Lions Club und die Vlaßheimer Drachentöter. Ja, wir sind ja in der Qualifikation die Planzeit gefahren unter einer Minute und wir werden das erste Rennen auch unter einer Minute fahren und dann schauen wir mal wie weit wir kommen. Das ist eine super Veranstaltung, eine ganz ganz tolle Breitensportveranstaltung, sowohl zum Mitmachen als auch zum Zuschauen und das macht sehr sehr viel Spaß. Wir haben jetzt nur die drittbeste Zeit, aber wir haben noch Potenzial, das fahren wir dann zum Schluss aus. Am Ende des Wettkampftages steht das Ergebnis fest. Die Energiedrachen der Stadtwerke siegen mit 55 Minuten im C-Finale. Im B-Finale siegt das Forum ProVital mit 54 Minuten. Sieger des Wettkampftages wurde im A-Finale das Team der Vlaßheimer Drachentöter mit 50,85 Minuten. Viel erreicht, was wir uns vorgenommen haben und dann gibt es natürlich auch heute Abend ein Fest. Der Todi Gelbmann wartet schon auf uns hier und der gibt dann gleich die erste Runde. Ja, ist eine sehr schöne Veranstaltung, vor allen Dingen, wenn man dann dieses Wetter jetzt auch betrachtet. Bekommt jeder Teilnehmer. Einen riesig schönen Tag mit ganz viel Spaß, auch mit anderen Leuten und natürlich im eigenen Team. Und es gibt den sogenannten Teampreis. Das ist der Preis für das Team, was hier am lustigsten auftritt, was am meisten Spaß mit den anderen macht. Und die sind als Gast der Veranstaltung im nächsten Jahr eingeladen. Am Sonntag fanden weitere Rennen mit zwölf Teams statt. Auch im nächsten Jahr soll es wieder ein Drachenbootrennen geben. Interessenten können sich ab Herbst wieder beim Veranstalter anmelden.